Willkommen zum dritten Tag der PMA Expo hier in Köln. Die Messe war für uns als auch für den Hersteller ein Riesenerfolg. Mit mehr Zuschauern, mit mehr Besuchern, aber auch mit vielen Fachpublikum, was in den letzten zwei Tagen bei uns auf dem Stand, also auch auf der Messe war. Unsere wesentlichen Kunden von dem Innenministerium, dem Verteidigungsministerium, als auch in der Industrie haben uns in den letzten zwei Tagen hier besucht und wir freuen uns auch noch am dritten Tag auf die gute Gespräche. Das Hauptinteresse, das wir bisher gesehen haben, ist hauptsächlich auch von der Messe die Implementierung des ersten DMR3-Lösung, hier auch für die Messe und für die Ausrichter, der ein großer Erfolg ist und von allen sehr gut angenommen wird und zeigt, dass DMR3-Lösungen in diesem Bereich einsatzkritische Lösungen liefern können. Gleichzeitig großes Interesse für unsere Endgeräte SL2600, die wir gezeigt haben, DMR-Endgeräte, die sehr gut bei unseren Kunden angekommen sind. Ein wesentlicher Anteil auch von dem Interesse ist der neue Pager, den wir in dem Markt platziert haben, der von den Sicherheitskräften sehr gut angenommen wird, gleichzeitig getestet wird und mit viel Interesse dann auch von den Einsatzbehörden betrachtet und demonstriert wurde. Über allen Geräten hinaus zeigen wir natürlich aber auch Lösungen, die in unserem Kerngeschäft, in unserem Bereich Demetra, Demetra X, aufgebaut sind mit den neuen IP-basierten Systemen, aber auch im Bereich Cyber Security, wo wir gesicherte Lösungen mit unseren Security-Lösungen zusammenführen können, um dadurch den Kunden eine wirklich sicherheitsgegebene Infrastruktur zu lieben. Des Weiteren haben wir gezeigt und zeigen wir die Welt erste Aufführung der Mixed Reality-Lösung, wo wir Augmented Reality zusammen mit einer virtuellen Reality-Lösung zusammenlegen, um dort den Leitstellenverantwortlichen die Möglichkeit zu geben, direkt vorne beim Geschehen dabei zu sein und den Mitarbeitern und den Einsatzkräften dadurch situationsbezogene Lösungen und Anweisungen zu geben. Wir freuen uns immer wieder auf die PMA zu kommen und würden uns auch freuen, Sie nächstes Jahr hier begrüßen zu können. Vielen Dank!